Russland hat gestern in einer Welle von Angriffen besonders die Stadt Uman im Zentrum der Ukraine unter Beschuss genommen. Dort starben nach Behördenangaben mindestens 23 Bewohner eines Hochhauses, darunter vier Kinder. Die Ukraine hat heute Nacht offenbar dann mit Drohnenangriffen geantwortet. Seit den frühen Morgenstunden brennt unter anderem in Sevastopol auf der Krim ein Treibstofftank. Sandra Saatmann berichtet. Beißend und schwanz ist der Qualm, der aus den Öltanks quillt. Sevastopol unter einer dicken Rauchwolke. Der Gouverneur Mikhail Rasvorshaev am Ort zur Besichtigung. Vermutlich ein Drohnenangriff der Ukraine, heute am frühen Morgen hier auf die Raffinerie, auf dem Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Ein Gegenschlag, Antwort auf die Angriffe der Russen gestern, die mit knapp zwei Dutzend Raketen eine besonders krasse Angriffswelle auf zivile Ziele in der Ukraine geflogen waren. Zwei Raketen schlugen in ein neunstöckiges Wohnhaus in der Stadt Umanay, 200 Kilometer südlich von Kiew. 27 Wohnungen wurden zerstört, 25 Tote haben die Retter inzwischen aus den Trümmern gezogen. Darunter vier Kinder. In den Kellerräumen der Wohnanlage suchen die Menschen Schutz. Wir sind einfach zuversichtlich, dass unsere ukrainische Luftwaffe stark genug ist und so etwas nie wieder passiert. Während ich so dasitze, will ich nicht traurig sein, sondern den Geist der Ukraine unterstützen. Auch die Stadt Dnipro hatten die Russen am frühen Freitagmorgen beschossen, auch hier Tote. Der ukrainische Präsident betont aber gleichzeitig, dass dank des ukrainischen Luftabwehrsystems viel Schlimmes verhindert werden konnte. In der Gegend um Dnipro wurden zwei Frauen getötet, eine Mutter Olga, 31 Jahre, und ihre Tochter Veronika, die nicht einmal mehr drei Jahre alt wurde. Wir konnten 21 von 23 Raketen runterholen. Das zeigt, dass man den Terror mit Waffen stoppen kann. Und so wie Selensky fordert auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexei Makayev, mehr Waffen. Möglicherweise in Andeutung auf eine Frühjahrsoffensive. Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt. Für die geplante Gegenoffensive brauchen wir in kürzester Zeit mehr gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme, Munition mit großer Reichweite. Und obwohl es in Sevastopol gewaltig qualmt und brennt, zivile Ziele sind nicht betroffen. Bislang scheint niemand verletzt worden zu sein. Christoph Wanner uns zugeschaltet aus Moskau. Christoph, es hat also offenbar einen Gegenschlag der Ukraine auf den Hafen in Sevastopol auf der Krim gegeben. Welche Informationen gibt es dazu denn von russischer Seite? Ja, es scheint tatsächlich ein großes Treibstofflager zu brennen. Das sagen die russischen Behörden auf der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim, die ja 2014 von Russland annektiert wurde. Es sei wohl ein sehr komplizierter Brand und deswegen werde es dauern, ihn zu löschen. So die Behörden vor Ort, aber es seien keine Personen zu Schaden gekommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich beide Kriegsparteien laufend versuchen, die Treibstoffvorräte der Gegenseite zu vernichten. Und das ist jetzt nun mal nichts Außergewöhnliches im Krieg. Und wir gucken da eben besonders drauf, weil es sich um die Krim handelt und weil die Krim eine so große Relevanz für beide Seiten hat. Wladimir oder Wladimir Selenskyj will die Schwarzmeerhalbinsel zurückerobern und Wladimir Putin will diese Schwarzmeerhalbinsel auf keinen Fall wieder verlieren. Er betrachtet sie als einen festen Bestandteil der russischen Föderation und so sehen das übrigens auch die meisten Russen. Und alles, was rund um die Krim passiert, hat also immer oberste Bedeutung. Und deswegen gucken wir jetzt auch so stark hin, wenn es den Ukrainern wieder mal gelingt, das russische Flugabwehrsystem zu durchbrechen dort vor Ort und eben jetzt dieses Treibstofflager erfolgreich anzugreifen. Davon gehe ich aus, dass es genauso gelaufen ist, dass es Drohnen waren. Christoph, lass uns noch auf gestern blicken bei den russischen Angriffen. Dort gab es die meisten Opfer ja vor allem beim Beschuss eines Wohnhauses in der Stadt Uman. Wie rechtfertigt eigentlich Moskau diese Angriffe auf zivile Ziele? Ja, da gibt es jetzt einen äußerst wichtigen Blogger, Yuri Padalaka. Ich spreche oft über diesen Mann. Er hat also eine extreme Reichweite über Telegram mit knapp drei Millionen Followern. Und er ist auch immer wieder im russischen Staatsfernsehen zu Gast als Expertin. Er hat gesagt, dass die Schuld an dieser Katastrophe in erster Linie die Ukrainer selbst tragen würden, weil sie nämlich zu Padalaka die Flugabwehrsysteme in den Städten, auch in den Wohngebieten aufbauen, damit diese Systeme nicht sofort von den russischen Raketentruppen erkannt werden können und nicht ausgeschaltet werden können. Und wenn jetzt Angriffe kommen mit Marschflugkörpern, dann starten so Padalaka die Ukrainer eben ihre S-300-Abwehrsysteme. Und dann passiert es immer wieder, dass diese Abwehrraketen die angreifenden Marschflugkörper über der Stadt abschießen und dass dann entweder Trümmerteile der Raketen in Wohnhäuser fliegen und manchmal, so dieser Blogger, es eben auch die S-300 sind, die sich verirren, ihr Ziel verfehlen und dann in Wohnhäuser fliegen. Das ist die Erklärung der russischen Seite. Ich sage es nochmal, man gibt für diese Katastrophe jetzt auch in Oman die Schuld den ukrainischen Streitkräften. Christoph, bei den Kämpfen in der Ostukraine sind ja vor allem die Wagner-Sölder auf russische Seite besonders wichtig. Wir berichten immer wieder darüber. Sie führen ja vor allem den Städtekampf. Und deren Chef, der spricht jetzt davon, dass es bald keine Sölder mehr gebe. Warum sagt er das? Ja, das war jetzt ein Interview, was Yevgeny Prigozhin einem wichtigen russischen Militärblogger gegeben hat, Simon Pegov. Der tritt auf Telegram unter War Gonzo auf und dieses Interview über eine Stunde, das soll heute veröffentlicht werden, groß und prominent und es gibt da Auszüge, die Pegov schon veröffentlicht hat. Und da sagt Prigozhin, ja, dass es durchaus sein kann, dass es die Wagner-Söldner bald nicht mehr geben wird. Dann hat er wieder angefangen zu erzählen, dass viel zu wenig Munition geliefert wird, viel zu wenig Geschosse und dass das eben alles fatal sei, letzten Endes für die Wagner-Söldner und ihr Vorhaben eben auch vor allem in Bachmut einen Sieg zu erringen. Dann hat er sich noch über die Intrigen in den hohen Büros in russischen Behörden beschwert und hat gesagt, dass man überhaupt keine Initiative wolle hier, sondern nur Erfüllungsgehilfen, die dann nur das tun, was vorgeschrieben wird und nach dem Motto, Initiative sei in keinster Weise gewollt. Also so, Yevgeny Prigozhin, warum macht er das? Ich denke, er will immer wieder vordringen zu Wladimir Putin durch laute Kritik. Er will gehört werden, er will Unterstützung. Ich denke, er hat keinen direkten Zugang zum russischen Präsidenten und dann nutzt er eben die Kriegsblogger, um sich Gehör zu verschaffen, auch bei Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin. Und das ist seine Taktik. Ich denke nicht, dass er zusehen wird, dass es die Wagner-Söldner irgendwann nicht mehr gibt. Ich denke, er wird für die Existenz dieser Söldner-Truppe kämpfen. Denn mit diesen Söldnern verdient Yevgeny Prigozhin, wie ich das interpretiere, auch eine ganze Menge Geld in der Ukraine, wie auch vor allem, wo die Söldner ja auch sehr aktiv sind, im arabischen und afrikanischen Bereich. Das ist meine persönliche Sichtweise. Christoph, ganz herzlichen Dank dir für all diese Informationen und Einschätzungen direkt aus Moskau. Danke dir. Die EU hat das iranische Regime aufgefordert, das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Darmid Shamad aufzuheben. Der 68-jährige Journalist sitzt seit 2020 in der iranischen Hauptstadt Teheran in Haft, unter offenbar unwürdigen Bedingungen. Die dortige Justiz wirft ihm die Beteiligung an einem Terroranschlag vor. Menschenrechtler bezeichneten die Vorwürfe jedoch als haltlos und kritisieren das Verfahren als grob unfair. Am Mittwoch dann hatte der oberste Gerichtshof im Iran das Todesurteil gegen Shamad bestätigt, der sich auch für Menschenrechte im Iran engagiert und als politischer Dissident gilt. Künstliche Intelligenz klaut meinen Job. Darum müssen sich die Deutschen laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorerst keine Sorgen machen. Der SPD-Politiker sieht in der Summe keinen Jobverlust durch KI. Einige Arbeitsplätze würden wegfallen, viele aber auch entstehen. Und KI könne bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels helfen. Experten gehen mittlerweile tatsächlich davon aus, dass es ab 2035 keinen Job mehr geben wird, der nichts mit KI zu tun hat. Zurzeit sorgen vor allem Textautomaten wie Chat-GPT für Diskussionen, auch mit Blick auf die Verbreitung von Falschinformationen. Heil aber hält nichts von verboten, sondern will auf Transparenz setzen. Der folgende Fall sorgt für Entsetzen. In Delmenhorst überfahren zwei Männer aus Syrien einen Landsmann mit dem Auto. Das Opfer überlebt, wird aber lebensgefährlich verletzt. Für die Ermittler ist klar, es war Absicht. Gegen die Täter ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Der Verdacht, ein versuchter Ehrenmord in aller Öffentlichkeit. Mit diesem weißen BMW rahmen zwei Syrer am helllichten Tag einen Landsmann, der gerade mit einem E-Roller auf dem Gehsteig fährt. Durch den heftigen Aufprall wird das Opfer vom Roller geschleudert, kann aber zunächst zu Fuß fliehen. Doch 200 Meter weiter fahren ihm die Täter erneut um und schlagen auf ihn ein. Das Ganze ist nur unterbrochen worden durch tatsächlich ein couragiertes Verhalten von Zeugen, die dieses Einwirken unterbrochen haben und so dann auch verhindern konnten, dass die Männer, die zwischenzeitlich wieder in den PKW gestiegen waren, den Mann überfahren konnten. Die zwei Syrer können kurze Zeit später in ihrem Auto festgenommen werden. Mittlerweile ist klar, Täter und Opfer kennen sich. Die Polizei hält Rache als Tatmotiv für möglich. Außer Mittlerkreisen ist zu hören, die Täter wollten wohl die Familienehre wiederherstellen. Das hat damit zu tun, dass wir hier mit gescheiterter Integration zu tun, von Einzelnen, die in Deutschland physisch leben, emotional aber noch nicht angekommen. Verletztes Ehrgefühl und gescheiterte Integration also. Immer wieder kommt es deshalb zu Gewaltexzessen bis hin zu Mord. In den letzten beiden Jahren hat es in Deutschland mindestens 13 sogenannte Ehrenmorde gegeben. Hinzu kommen 13 Mordversuche. Die Dunkelziffer soll aber viel höher liegen. In den meisten Fällen geht es um den Verstoß gegen patriarchale und frauenfeindliche Verhaltensnormen. Meistens sind es muslimische Frauen, die ihren Traum vom selbstbestimmten Leben mit dem Tod bezahlen. Patriarchalische Strukturen abzubauen ist ein zentrales Thema, eine zentrale Aufgabe, um Menschen hier zu integrieren. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir solche Zustände. Dann haben wir Gewalt, dann haben wir Unterdruckung von Einzelnen. Diese Zustände kennen Sie in Delmenhorst. Im Jahr 2021 sind bei Ehrenmorden zwei Frauen und ein Mann getötet worden. Nach den Recherchen des Spiegel zu den Arbeitsbedingungen in der Filmbranche haben sich weitere Prominente geäußert. Im Fokus der Kritik die Filmsets von Regisseur und Schauspieler Till Schweiger. Er habe Mitarbeiter schikaniert, beleidigt und auch geschlagen. Häufig sei er alkoholisiert zur Arbeit gekommen. Unter anderem auch zu den Dreharbeiten von Manta Manta, 2. Teil. Schweiger selbst und die Filmfirma Konstantin widersprechen. Nun meldet sich auch die Schauspielerin Nora Tschirner zu Wort, die in etlichen Filmen neben Till Schweiger spielte und zählt die Verantwortlichen ebenfalls an. Das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch. Und da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck steht mal wieder unter Druck. Dieses Mal aber weniger wegen seiner Politik, sondern wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft. Im Bundeswirtschaftsministerium soll es auffällig viele familiäre Konstellationen geben, sprich Angestellte mit einer privaten Verbindung zum Minister. Besonders im Fokus steht dabei ein Staatssekretär. Die Opposition spricht von mafiösen Tendenzen. Die Postenbesetzung soll nun geprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden, teilte das Ministerium mit. Patrick Greichen, Staatssekretär und einer der wichtigsten Drahtzieher in Robert Habecks Ministerium. Hat er seinem Trauzeugen Michael Schäfer einen Top-Posten verschafft? Denn der soll neuer Chef der bundeseigenen Energieagentur DENA werden. Und Greichen hat seinen engen Freund mit ausgewählt. Selbst der Koalitionspartner ist irritiert. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn jeder sich kennt und alle haben sich lieb und sind Trauzeugen oder Paten. Wichtig ist, dass es transparent ist und dass nicht das Momentum kommt. Die schieben sich hier gegenseitig die Jobs zu. Robert Habeck in Erklärungsnot. Nicht nur die Postenvergabe an Greichens Trauzeugen Michael Schäfer sehen viele als Problem, sondern auch die familiären Verflechtungen des Staatssekretärs. Denn sein Bruder Jakob Greichen arbeitet für das Öko-Institut, das immer wieder Aufträge der Bundesregierung in Millionenhöhe bekommt. Ebenso wie seine Schwester Verena Greichen. Sie ist zudem im Vorstand der Naturschutzorganisation BUND. Und obendrein ist sie mit Michael Kellner verheiratet, auch Staatssekretär im Habeck-Ministerium. Die Opposition übt scharfe Kritik. Also ist festzustellen, dass es hier ganz offensichtliche grüne Clan-Strukturen gibt, die sich eines Bundesministeriums bemächtigen. Eine Selbstbedienungsmentalität höchsten Maßes. Offensichtlich engste Bekannte und Verwandte werden im Umfeld und im Ministerium in Spitzenpositionen gebracht. Also es wird Zeit, dass der Bundeskanzler sich diesem Thema bemächtigt. Der Druck wurde nun offenbar so groß, dass Habecks Ministerium zumindest im Fall der Chefpostenvergabe für die Energieagentur DENA handeln will. Das Verfahren für die Besetzung soll noch einmal überprüft werden. Es ist ein Fehler aufgetreten in einem vorgeschalteten Prozess, in einem vorgeschalteten Vorauswahlprozess für diese Geschäftsführungsfunktion. Dieser könnte den Anschein einer Befangenheit auslösen. Patrick Reichen hat sich inzwischen entschuldigt. Robert Habeck hat laut Wirtschaftsministerium erst Anfang der Woche davon erfahren, dass Michael Schäfer Greichens Trauzeuge war. Dennoch, der Minister hält weiter zu seinem Staatssekretär. Wasser wird im heißen Südwesten der USA immer knapper. Und zu verschenken ist es schon mal gar nicht. In Arizona empört jetzt ein besonderer Fall die Gemüter. Ein saudi-arabischer Futtermittelproduzent hat dort riesige Flächen aufgekauft. Mit drastischen Folgen, wie unser US-Korrespondent Michael Willen-Leber zeigt. So hört sich Krise an. Der Brunnen von Farmer Brad ist trockengefallen. Der Grund liegt hier. Der saudi-arabische Multi von Damonte baut nebenan Alfafa an. Ein Futtermittel. In Saudi-Arabien ist der extrem wasserintensive Anbau der Pflanze verboten. Nicht aber im trockenen Arizona. Brad ist stinkesauer. Ich sehe hier, dass uns Geld und Wasser gestohlen wird. Das Grünzeug wird exportiert und an saudi-arabische Kühe verfüttert. Und dafür werden im staubtrockenen Arizona Unmengen von Grundwasser abgepumpt. In Arizonas Hauptstadt Phoenix ist das Thema verschlafen oder bewusst ignoriert worden. Und das, obwohl durch den Klimawandel und wachsende Städte Wasser ohnehin schon knapp ist. Diese Pumpe pumpen Wasser, das dem Staat Arizona gehört und das im Prinzip nach Saudi-Arabien exportiert wird. Phoenix braucht dieses Wasser. Wir stehen vor einem Wasser-Desaster in Arizona. Schließlich gibt es von den Saudis auch kein Öl vor Free. Bei der zuständigen Behörde kein Kommentar zur Sache. Alle an dem Deal mit Damonte sind schon längst aus dem Amt geschieden. Zuerst haben die Saudis ihre Wasserreserven ausgebeutet. Jetzt machen sie das Gleiche hier, empört sich die Bezirksrätin. Damonte, das Pumpen zu verbieten, dürfte schwierig werden. Der Vertrag ist rechtskräftig. Es gibt keine Hoffnung hinter diesem Punkt, steht am Ortsausgang. Farmer Brett hofft trotzdem. Viel Hoffnung, aber sollte er sich nicht machen. Das ist die Bezirksrätin. Das ist die Bezirksrätin. Das ist die Bezirksrätin. Das ist die Bezirksrätin.